Hey, und was ist das? Hey, und was ist das? Das ist der Legion of Darkness. Kommt zu einer neuen Folge von Film Games. Auch wenn die Filmindustrie eigentlich nicht wirklich etwas mit Eisenbahnen zu tun hat, ist es dennoch des Öfteren so, dass Leute gerne auf den Zug mit aufspringen. Oh, ich will das. Nein? Okay, sorry, das war zu früh mit schlechtem. So kommt es hin und wieder vor, dass kleinere Produktionen erfolgreiche Filme nachmachen und das durchaus mit begrenztem Aufwand und minimaler Qualität. Diese Filme werden oft als Markbuster bezeichnet, da sie oft das Original Marken zu Deutsch verspotten. Heute stellen wir euch einen weiteren dieser Spottfilme vor. Setzt euch also schon mal auf eure Cringe Couch, könnt euch ein Cringe Cocktail und ein paar Cringe Cracker nicht vergessen. Der Spruch war Cringe Kacke. Das Animationsstudio Pixar hat uns über die letzten Jahre immer wieder aus neuen Animationshits geliefert und uns dabei in unbekannte Welten mitgenommen. Warum habe ich gerade so gemacht? Neben Monstern, Menschen und gelegentlichen Nicht-Lebewesen werden hier vor allem Tiere gerne als Charaktere ausgewählt. So ein standen Klassiker wie das große Krabbeln findet Nemo oder der 2007er Kinohit Ratatouille. Und ich meine, wer kennt diesen Film nicht? Ne, also ernsthaft, wer kennt diesen Film nicht? Weil dann erkläre ich dem eben kurz, worum es da geht. In dem Film Ratatouille hilft eine kleine Ratte mit kulinarischen Talenten einem Pariser Kochlehrling insgeheim die leckersten Gerichte zuzubereiten. Und natürlich geht irgendwann alles drunter und drüber. Wenn das nicht die beste Zusammenfassung aller Zeiten war, dann weiß ich auch nicht. Doch auch dieser Film sollte nicht unberührt von miserablen Plagiatversuchen bleiben. Das brasilianische Animationsstudio Video Brinquedo, was bereits bekannt für seine Mockbuster ist und über das wir bereits schon mal, oh, gesprochen haben, die sehnlose Pixel-Zombies, die einen im Schlaf ermorden wollen. Ach, ist nicht geil. Und auch hier dachte sich das Animationsstudio scheinbar wieder, hm, lass doch noch ein Klassiker ruinieren. Wird bestimmt der Knaller. Wird bestimmt vor niemandem die Kindheit kaputt machen. Oder die Augen der Zahn wegbrennen. Wird der Hit, wird cool. Meine Damen und Herren, gestattet mir vorzustellen aus den tropischen Studios Sao Paulo's Ratatouin. Der heißt niemals wirklich so. Der heißt so? Okay, doch. Obwohl der Titel natürlich leichter ahnen lässt, welcher Film hier nachgemacht wird, unterscheidet sich die Story dennoch ein bisschen vom Original? Oder auch ein bisschen mehr? Dieser Film spielt nämlich weniger in der Welt der Menschen und fokussiert sich eher auf das Leben der Ratten. Jetzt fragt ihr euch, worum geht es in diesem Film? Ich werde es euch sagen. Das Ratatouin ist das beste Rattenrestaurant weit und breit. Habt ihr diese Küche gesehen? Was denn? Macht er etwa alle Gerichte in einem einzigen Behälter? Gibt es überhaupt andere Küchenutensilien? Wird das Teil überhaupt beheizt? Achso ja, hiermit wahrscheinlich mit Kohle oder so. Oder ist das nur Dreck? Sorry, aber die CGI ist so schlecht, dass ich nicht genau weiß, was das ist. Ernsthaft. Was ist das? Trotz seltsamer Küche reißen sich hier scheinbar alle Nager um einen Tisch, denn scheinbar hat kein anderes Restaurant so frische und leckere Gerichte. Oder das will uns die Anfangsszene zumindest ohne Zweifel zu verstehen geben. This restaurant is very good. Everyone knows this is a great restaurant, but I would never have imagined that a restaurant this good would even exist around here. It's really amazing. Ist doch okay, man. Wir haben es verstanden. Das Essen ist scheinbar gut. Falls ihr jetzt ein Übelkeitsgefühl verspüren solltet, dann ist das höchstwahrscheinlich nicht wegen dem schlechten Essen, sondern wegen dieser ekelhaften Animationen. Oh mein Gott, das sind doch die Mundbewegungen des Grauens. Ja, ja, verstehe. Okay, aber kriegt man es auch so hin, dass es so aussieht, als würde kein einziges Vorhautlippensynchron sein? Aha. Kriegt man es auch so hin, dass es so aussieht, als würde der Mund durch Stromschläge zum Zucken gebracht werden? Auch. Okay, ja, nice. Dann genau das bitte nicht machen. Da war niemand dran. Doch was ist Küchenchef Marcel Toings Geheimnis? Ist das vielleicht diese Kellnerin mit ihrem äußerst verführerischen Gang? Oh, hello. Well. Als würde sie rückwärts vorwärts laufen. Die vier direkten Konkurrenten und Besitzer des Restaurants, das unter dem Erfolg des Ratatoiens leidet, verbringen viele Abende im verfeindeten Restaurant mit dem Versuch, das Geheimnis zu lüften. Please tell me what you use in these recipes that makes everything so delicious. Doch das machen die Ratten nicht so schlau. To know nothing of the topic is simply not possible. I'm not satisfied with your answer. Wie erwartet, der Erfolg bleibt aus. Nachdem alle Gäste das Etablissement verlassen haben, begeben sich Master und seine Kollegen nach dieser super coolen Mission Impossible Szene auf Nahrungsmittelbesorgungsmission. Cool, ja man. Dieser weiße Raum. Diese vielen Einstellungen. Random Stöhnsounds. Und nur eine Frage in meinem Kopf. Warum dauert diese Sequenz so unnummern lange? Durch einen komplett sinnergebenden Tunnel hinter dem Lichtschalter verschwinden die drei Ratten und kommen in einem Menschenrestaurant wieder raus. Dort schnappen sie sich alles, was frisch und lecker ist und machen sich damit aus dem Stau. Achso, das ist also das, was das Essen so lecker macht. Der würzig, herbe Geschmack von Diebstahl. Zu Chef Toyings Unglück hat einer der brillanten Spionagerratten des anderen Restaurants ihren Notizblock mit ihren Geheimplänen im Ratatoyen liegen lassen. Sie tritt dank offener Tür ins Restaurant und sieht dort den offenen Gang zum Menschenrestaurant. An dieser Stelle möchte ich kurz zwischendurch sagen, dass ich es extrem schätze, dass hier echt großer Wert auf die Gesetze der Physik gelegt wurde, weil ich meine, schaut euch mal, wie er seinen Haken wirft. So sieht doch die Realität aus, oder nicht? Jedenfalls beobachtet die Spionageratte das Trio bei ihren Besorgungen und lüftet somit das Geheimnis. Sie und ihre Kollegen sorgen dafür, dass die Menschen Fallen aufbauen und eine Katze engagieren, die den Ratten ihr Vorhaben erschweren soll. Und wie machen sie das? Mit dieser Nummer hier. Kann mir irgendwer erklären, was dieses unglaublich unangenehme und cringige Rumgehampel da soll? Ist das Motivation? Die Fallen sind schon mal nicht schlecht, doch die Katze, die hat's in sich. Da würde Garfield Albträume von kriegen. Hey, sogar Gesäufelsäufelt hätte Angst vor ihr. Denn diese Katze sieht nicht nur erschreckend gruselig und eklig aus, sie läuft auch auf zwei Beinen und das gerade nicht auf eine elegante Art und Weise. Das Problem, so langsam gibt es keine Lebensmittel mehr im Ratatouin, womit der Koch in seiner hochklassisch ausgestatteten Küche kochen kann. Fallen und Katze hin oder her, das Trio muss wohl oder übel wieder ins Restaurant und die Hindernisse überqueren, um an ihre Lebensmittel zu kommen. Doch das ist nicht so leicht, denn vor allem die Katze macht es scheinbar unmöglich, diesen Plan umzusetzen. Als die verweigerten Ratten sich auch noch einmischen, scheint alle Hoffnung verloren, doch Chef Marcels kulinarische Künstler retten ihn und seine Freunde aus dem Dilemma. Er schafft es, sich mit der Katze anzufreunden, indem er ihr Essen gibt und so verbünden sie sich gegen die anderen Ratten und machen einen Deal, weiterhin Essen aus dem Menschenrestaurant klauen zu können, ohne bemerkt zu werden. Im Gegenzug darf die Katze so viel sie will im Ratatouille essen. Als Fazit kann man zusammenfassen, dieser Film hätte inhaltlich um einiges schlechter sein können. Aber ich muss dazu sagen, als jemand, der mittlerweile zu viel abgefreakte Filme gesehen hat, ist es irgendwo ganz erfrischend mal einen zu sehen, der eine halbwegs nachvollziehbare Story hat, die irgendwie irgendwo Sinn ergibt. Wisst ihr was, Schweine? Wollen wir damit sagen, dass der Film gut ist? Auf keinen Fall. Ich meine, es wäre eine Lüge zu behaupten, die Animation hätte bei mir nicht kurzzeitig tiefe Depressionen ausgelöst oder dass sie für das Original keine Beleidigung sei. Aber hey, es ist, was es ist. Es ist Ratatouille. Was erwartet ihr von dem Namen? Wusstet ihr, dass der Name von Jurassic City zu 50% nicht stimmt? Ja, weil da geht es um komische Sachen. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann checkt das Video in der Videobeschreibung oder klickt hier. Und ansonsten würden wir sagen, Autoreason pesen. So mit so einem Extra-Knopf. Der lädt sich immer wieder von selber mit ein und so... Ja, ich bin auch auf die Party. Und dann so... Nein, geh mal weg, was willst du hier? Hier sind nur die Coolen. Mit so einem Ring. Oder auch kein Ring, aber ein bisschen größer. Oh nein! Oh nein!